ok wir können nicht normal springen was wir können ernsthaft nicht normal wir machen immer diese coole rolle ok da wird mir schon übel von zuschauen ok mit y ich bin mittlerweile gewöhnt dass mir einfach irgendwelche tasten eingeblendet werden damit ich weiß mit was ich die aktion machen kann aber ok irgendwie ist nur in der ecke da das bildchen was meinst du jetzt genau geben guten morgen gerund europäle es ist am special occasion all the memories and what it used to be ha i'm kidding i promise we could start a combat training today and i know you're anxious so let's get started there are three disciplines a shaman must master for combat acanity alchemy and hitting people with sticks is hitting people with stick is the most basic so let's get that out of the way first i I don't know how to about it myself to be honest but i think learning to swing a stick shouldn't take more a minute or two ask windamere will help you she's always liked you and she's one of the best warriors in island tell her you have my permission don't turn to me when you're finished Okay. Kann man schwimmen? Nee. Was ist denn? Skandalös. Was ist so, war wegen der Auflösung? Okay. What a beautiful sight, don't you think? I heard the passage to get to the voodoo camp was sealed magically somehow. But hasn't it always been that way? My customers have explored the entire island using my invisibility potion and almost all of them have turned safely. Almost? Das ist, äh, viel schwingt. Hello, Degaroon. Sorry, the shop's closed. All out of inventory. Have you been to the... I mean, I was just wondering if you've passed through the crossroads recently. You see, I used enchanted feathers for adventures like yourself that could tele... Anyway, that was a long time ago. I still had some enchanted feathers until recently, actually. You just missed it. Lost at the crossroads. A giant boar charged me. I dropped everything I was carrying and ran. Peacebow ever saw. Big green eyes and very aggressive. Anyway, after that I decided it was time to close up the shop. I'm getting too old to running scavenging for reagents in the jungle. Oh, okay. So, und wer bist du? Go away! Okay, I guess you're not the person I'm looking for. Jetzt die Frage halt, wo ist denn die? Ich finde das ist total irritierend, dass wir uns so komisch drehen. Bist du, Windermere? Morning, Garun. Abenaki was looking for you. Mm-hmm. Bist du? You look like you're gearing up for adventure. Be careful out there. Have you been to Mother's shop? His enchanted feathers are the only way to travel. The large totem in the center of the village will replenish your health and mana while not in combat. But also, it's a safe point. Look for other totems outside the village and you need the rest to save. Sehr gut. So, bist du denn... Was war das? Nee, auch derb ist es nicht. Bist du das? Hey, could you help me? Oh, you don't know Firewall. Well, never mind. So, mit dir die Vögel grüllen oder was? Na ernsthaft, wo ist denn jetzt hier? Sie, ist das hier? Gatekeeper. Abenaki, I can't open a gate for you just now. There's some sort of giant silver boar bees that came a little too close to the village a few minutes ago. Abenaki suspect one of the boars was corrupted by some kind of voodoo. Okay, okay. Ja, wo ist denn hier? Ah, hier. Hier, im... Hier, das? Nee. Auch nicht. Ah, hier. Die einzige Frau. Abenaki sent you to me? To train for combat? Oh, the irony. Did you tell him I've already been training you when he's not watching? Huh, you'd better not, or he'll probably turn us both into frogs or something. Just remember that I've taught you, and you'll be fine. The most important thing about melee is don't melee. You're a shaman. Focus on your spell. If you're swinging a stick, you'd better be desperate. You have to use your staff, though. Remember to try to land combos. And practice your running jump shot. Swinging on the jumps adds power to your strike, and you got it. You're good at it. It's your best move, I'd say. Since Abenaki's okay with it now, I guess you don't have to hide out when you practice anymore. Here, I want you to have my old practice staff. I really love this staff. Cain made it for me when I was about your age. It's really well balanced, and I guess I don't need it anymore. I just kept it for the memories. But I want you to have it, Garun. Yay! Breaking that new staff. Ah, this is also the running jump shot. Das heißt, ich springe. Und. Wenn ich gerade so drauf springe. Gott, ist das schwierig. Ah, okay. Gut, dann. So. Ich habe diesen Vogel umgebracht. Weil es geht. Hop, 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 hop. Did Windermere teach you anything useful? Millie Comet may not seem as elegant as Akanity, but in dire situations your skill with the staff could save your life. Let's move on to Akanity now. Akanity has always come naturally to you, just like your grandfather. But Akanity is a little different than most of the things you've studied so far, though. And there's a whole new world of it for you to learn. Go to the train and learn Ice Shard. It's perfect for Rabinagina, and he's expecting you. Okay. Windermere mit dir? Nee. Guess not. Die quest. Gears up. Okay, speichert. Genau, ganz wichtig. Wir unten rechts. Achso, das seht ihr gar nicht, weil da meine Kamera ist. Es ist ein Early Access Build. Achso, nein. Das ist Potions. Yes. You done? Just leave me alone. Sorry, but I'm not just in the mood for business right now. My frappie bird is missing. She's always right by my side when I wake up. But this morning she was gone. Looked everywhere for her. I don't know what to do anymore. I just want to be alone. Okay. Dann suchen wir mal frappie. Hier, frappie, frappie, frappie. Hier, frappie, frappie. Was ist das denn? Ah, da kann ich gar nicht laufen. Das ist ja doof. Da haben sie eine unsichtbare Mauer eingebaut. Falls so Schlawiner wie ich daherkommen und da durchcheaten wollen. Wir können natürlich versuchen, mal dem Switcher nachzugehen. Vielleicht hilft das ja. Warte mal. So. Ich stehe den da. Gut. 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 so mit dir was auch nicht wie musste ich denn reden da noch hoch ich glaube dass die welt zu ende von daher bringt macht es gar keinen sinn da hoch zu wollen aber man kann es ja probieren so jetzt die frage du hier du bist frappig schwarg Das wird nicht so gut aussehen. Du sollst zurückkommen. Du hast mein Bad Frappie! Oh Karun, danke sehr, ich bin sehr glücklich. Ich bin so glücklich, dass du safe bist. Oh, ich liebe diese Frappie. Ja, das macht er. Ja, das macht er. Okay. Danke, dass du meinen Frappie-Bird findest, Karun. Ja, cool. Ja, gerne noch oder so. So, und was ist jetzt der richtige Shopkeeper? Der hier, oder? Ist doch bestimmt. Genau, dein erste real combat spell heute. So, Celebrate, I'm going to teach you Ice Shard free of charge. I've seen how talented you are with the kindity. Combat the kindity is a bit different. But I think you'll pick it up quickly. Okay. Okay. Okay, memorize Ice Shade from the Spellbook by dragging it to you. Okay. Okay. So. Spellbook. Ist doch hier bitte. man kann das auch aus dem springen ausmachen das freut mich doch müssen wir doch irgendwie jetzt für den our quest technisch noch was machen oder ist das sützt target practice complete schön ich liege in der luft du bist du nicht sicher wie viel Zeit hat es ist das ist das ist das ist das ist das ist das ist ich hoffe, du hast es ich hoffe, du hast es zwei wichtige Tipps über die listen, well first, don't rush into combat think strategy think about the many tools at your disposal and how to combine them effectively and second, always make sure you're using the best tool available for you the practice staff Windermere gave you for example is a very fine staff for beginner but find something stronger as soon as you can the same is true for your spells and everything else you bring into battle with you now I have a challenge for you if you remember those tips this will be an easy challenge if not it will be impossible take down more than one Akiri bird with a single attack oh and bring me the feathers I have some maintenance work to do and the totems and Akiri feathers are a key reagent I need it's okay if they're a bit shot so ähm cool es ist tatsächlich so ein bisschen ähm es ist tatsächlich so ein bisschen dass die dass es wie so ein MMO wird, ne so, haben wir wie viel, glaube ich, den Geld ja, ich habe zwei Gold das heißt, ich kann jetzt hier den mir den Feuerball hier holen hä? wie viel kostet der denn? 10! achso, ja, das ist ja... ach so, wir schauen jetzt mal eventuell können wir einfach diese Seeds hier verkaufen und dann hätten wir genügend Geld hallo switch is selling dankeschön das kann ich verkaufen cool also so, wir können unsperren We'll equip... Haha Nice I'm having trouble figuring out a crazy old Menachie's challenge once we take down ten Akiri birds into in ten seconds I've been at it all moaning but it just seems impossible if you figure it out would you show me how yes so oh so ah verdammt da habe ich zu nah an allen vorbei geoffen failed so vibrate is one more respawn so here Set all. Dankeschön. Dann... Achso. Achso. Können wir hier nochmal kurz speichern. Und dann gehen wir jetzt zu den Tippen rüber. Ja. Ich zeig dir das jetzt mal. So. So. Hi. Hast du zugeschaut? Hast du zugeschaut? Ähm. Ich weiß jetzt nicht, ob der Junge zugeschaut hat. Vielleicht habe ich mir auch zu lange Zeit gelassen. Ich kann mit dem aber nicht mehr reden. Das ist ja dumm. Hm. Ah, so you learned Fireball and figured out my challenge. Well done. Without the right knowledge and equipment, any challenge can seem impossible. Always remember that. And you brought me some of the feathers. These will do nicely. So finally, we have the third key to combat. Alchemy. Alchemy can help you heal wounds during combat and do more damage. Or even avoid combat altogether. I'm sending you on an important but dangerous mission near the crossroads. So first you're going to lead the chainman's oldest trick. You're going to learn the secret of running really, really fast. Just go and learn to prepare a speed potion from start to finish without any help. Return to me with a completed potion. Ja, der alte Schamantrick. Einfach nur wegrennen. Sehr gut. So. Ähm. Hello, Garoune. Abanaka said you've been stopping by. You've been looking for a speed potion recipe, I think. Yes. Yes, yes. Hello, Garoune. With the unknown power of the Kixx-Land-King's mission minions, the Miser Inventure can see invisible. Er, can. Yes, can see invisible. And I just happen to have the recipe for sale. Okay. Das ist ja praktisch. So the next thing you'll want to do is take a look at the recipe in your alchemy book and collect your ingredients or reagents you'll need. Once you have your older ingredients, use the alchemy table to do the work of preparing the potion. Good luck. Ne, das ist alchemy book. Genau, hier. Und dann eben Speed. Das heißt, wir brauchen noch Federn. Okay. Das ist ja praktisch. Hey, dude. That was amazing. Thanks a lot, Garoune. I'm going to start practicing your method right away. Nice. Nice. So. So. bisschen gold bisschen federn kann nicht schaden jetzt geht es weiter hier an diesem tisch ich muss zugeben es spielt sich ein bisschen so als wäre es ein mmo das also ein spiel das ursprünglich ein mmo werden wollte yeah do you have to push in oh yes good clarity excellent color well done grun drinking the contents of the small vial will let you travel at incredible speed some call it the spirit of the wolf i like to call it the spirit of the chicken everyone agrees that it will save your life good now listen have you heard about the giant white balls spotted in the crossroads two villages were injured yesterday and mother had a narrow escape earlier today i haven't seen it myself but it doesn't sound natural i want you to bring me a sample of his droppings so you can try to learn what's causing the boss unusual aggression okay wir sollen also scheiße sammeln damit er wissen was dem so auf den wagen schlägt das klingt fast logisch so equipment so auf den wagen schlägt oh no mama you of the who are you yes i'm trying to get out you should really stock up on health and mana pushing before leaving the village alone do you want to leave anyway yes okay be careful there nice crossroads just left the village and crossed into a new zone monsters cannot follow you across the zone border good then gehen wir da oben mal hin weil da oben hatte ich vorhin ne rote flasche gesehen was haben wir da hier was kann ich nicht mitnehmen ich kann es nicht mitnehmen was da liegt da schon so eine rote flasche und dann sowas ich finde es ein bisschen seltsam dass ich sie nämlich mitnehmen kann geht um die ist viel gold bekommen 6 gold hier sogar oh was finden wir hier viel interessanter not enough mana, nice das heißt wir regenerieren gar kein mana was ist jetzt hier das lieber das ist ja dumm okay ich glaube wir müssen kurz zurück zur base so achso letztlich eh schon auf voll gut dann gehen wir jetzt noch mal raus und dann schauen wir das ganze nochmal an wir haben am anfang vor allem so wenig mana dass wir kaum kämpfen können wir haben jetzt irgendwie zwei von diesen dummen schweinen besiegt und gekillt und dann war es das auch schon was wir an mana hatten waren wir schon om ich hätte erwartet dass das sich natürlich einfach auf wieder auflädt das hat auch einen scheißhaufen hinterlassen sehr schön tipptadippt wir rennen weg ich glaube zickzack schlagen ist schneller weil sie ich glaube sie haben den fehler gemacht den man so machen kann und es fällt nur auf wenn man diesen speed portion drin hat das ist ja seltsam was das war alles was ich hier lernen kann was ja das ist ja hart so haben wir zwei von den speed potions gemacht naja nicht dass da nochmal ein problem auftaucht ja hier alle pullen so wenn ich glück habe dann kann ich sogar zwei von denen machen ja cool ja aber dann sollte ich sie vermutlich auch hier so dazu legen dann schauen wir mal wenn ich so versuche ganz schnell rum zu springen das finde ich interessant na wartet mal da da wäre ein mana ding ist gewesen glaube ich ein mana totem ist das so ich glaube was ziehst du hier so rum nobody cleans after their balls anymore when i was a kid the grass here was so green you could eat of it you're a young kid with plenty of spunk want to make some extra gold get this lawn looking good again and i'll give you a handsome reward um ah ah wo liegt denn noch so scheiße rum so muss ich noch sammeln nein so so nice job son the grass is look good as a uh no what ungrateful little in my day you could buy two rounds of crab juice a finnish fishing pole and a new ball color for three gold now run along you oh but hey you are you gonna use all that poop you mind if i take one i need it for something was was zur hölle das war eine weird quest turtle beach hm as the young hero approached the great stone artifact to his surprise the stones began to glow when the water was coming to life and i was going to do and i was going to do and this frustrating feeling of familiarity but the more you think about it the more the familiarity fades um um okay what do you want to learn to fight on the run do you well you've got to come to the right place turtle beach is the ideal training spot i call it kiting and i've kited more turtles than anyone other than kane and maybe windermere anyway we'll start slow i'll give you some pointers and then you can practice with just a single akura turtle but be careful they're well armored and tough to fight up close now for starters the whole point is to not let their opponent get close enough to hit you pretend you're an emuri and you run like a coward if you have to if an akura hits you even just once that counts as a failed attempt and practically speaking you don't want to get hit by an akura anyway they're extremely strong so you want to stay out of the akura's range while throwing whatever you've got at him in your case let's say fireballs don't use any spells to inhibit his movement that would be cheating pretend such magic is forbidden as voodoo so only use fireballs so let's get started go and take one akura turtle down without getting hit and using only fireball so i'll be watching from here return to me when you're done um okay so try john so schön die schnauze da drüben so das blöde ist jetzt ich habe keine wahl mehr ihr lieben krieger ihr habt doch so schicke spiele könnt ihr da mal was irgendwie da ich will dass die was wurde mich verarschen irgendwas unsichtbares hat mich gehauen ich hasse euch kann ich von den scheißviechern überhaupt genug fliehen dass das irgendwas bringt gut das sind schildkröten eigentlich müsste ich wegrennen können zwar easy frage ist hören die auch irgendwann auf mir mal zu folgen oder laufen die mir jetzt bis zum sankt nimmerleins tag hinterher ja ne das snipping tool also falls ihr es noch nicht kanntet windows shift und s nein die scheiß schildkröten laufen bis hierhin noch ouch ouch mein mann aber regeneriert sich auch nicht also ich habe keine ahnung was das also ja ich glaube wir haben jetzt quasi verkackt können auch versuchen kurz mit dem typen zu reden vielleicht können wir da wenigstens weiter also wirklich habe ich gerade nein da sind sie immer wieder sind immer noch das war ziemlich gut die nächste chose ist ein bisschen driften doch sometimes you don't want to draw attention maybe you just want to get where you're going quickly without any trouble or maybe you want to take down an amuri without without drawing attention from anybody voodoo-wilding amuri shaman the challenge is to get from here to baku's fishing hut and back without drawing attention from any akura turtles you need to be stealthy quick i'll be watching from here good luck um interessant dass ich nicht eh schon voll gefehlt habe weil quasi mission drei von diesen scheiß ich dann folgen so kann also nur schief gehen folgen mir schon die frage ha ging so parkour man parkour so not bad guru not bad at all ready for ultimate skating challenge i can see nine akura from here how about you kite all nine of them at once return to me if you can manage to pull it off ähm ja es wird jetzt äh spannend ne gehen wir es mal hinten außerdem wie sie eine flaschenpost das ist vermutlich auch der grund warum die einem so hart folgen ich habe nur noch einen lebenspunkt yay okay so und du kommst jetzt auch noch okay so so jetzt ja wunderbar so jetzt fragen wir schon alle so ist mehr ich weiß gar nicht was du hast die sind doch alle hier wir sind jetzt alle in deinen scheiß vorgarten einmarschieren dass du zufrieden wirst guck da alle da oder zählt es nicht weil irgendwie schon weil drei schon dabei waren ich glaube das zählt halt wirklich nicht weil drei schon dabei waren so dann probieren wir mal das hier unsichtbarkeit cannot use during combat ist es geil das heißt ich kann die scheiß dinge nicht loswerden und ich kann nicht gegen sie kämpfen weil ich kein mana bekommen das ist schon hoch grandios ja komm lass mal zum village gehen so warte wir lassen das mal hier komplett wieder hoch extrem hier 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 So. Kommt, ihr kommt jetzt auch noch mit. Kommt auch noch mit. So. Jetzt hab ich doch alle neun, was willst du denn eigentlich? Oder soll ich alle umbringen? Ich geh mal hier zu dem Fuzzi hoch. Muss man doch mal mit dem reden. Die sind doch alle da. Die alle folgen mir brav nach. Keine Ahnung, was du noch willst. Ich weiß halt echt grad nicht, was er noch will. So. Könnt ihr noch alle umbringen. Okay. Okay, ich soll die anscheinend alle killen. Okay. 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 Ich hol sie dir ja schon. So. Ich wünschte, ich könnte sprinten, weil die Wege sind hier schon echt lang. Du 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 du. Ich glaube, ich muss näher ran gehen. das habt ihr das gefühl irgendwas irgendwas sagt mir das ich weiß nicht ich glaube das ist so ein kitzel dem fuß also so 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 Oh, das ist ein Mono. gut zu wissen dass sie auf irgendeinem zeitpunkt dann abhauen versuchen zumindest schauen was lange kisten so glaubt nicht das was wir brauchen nö doch hier ach so schade die dummen viecher haben einfach rumgekaut anstatt sie wertzuschätzen und irgendwie was ordentliches damit zu machen aber gut aber gut ja diese laufwege es würde mich an diesem spiel es stört mich an diesem spiel schon so ja komm ich schütte mich der spiel büste um ich habe das büste ich Okay, was heißt dann die Quest? Achso, warte mal. Bist du gar nicht Bako? Achso, nein. Du bist Karame. Bist du nochmal Bako? Hey, you listen, you're Ebenaki's boy, right? When I thought, yeah, that's not so. I have a theory. This might sound crazy, but I think there's something on that bridge. Something you can't see. Try to get a closer look, just before something struck me. I swear I could hear heavy breathing. Four turtle brush to complete. Hi. Oh, you have it? Great. Okay, just stand back and look. Hello, just in case. I think it's ready. Bring this to the guards. Once they drink this experimental and possibly slightly unstable potion I just made, they'll see I'm not crazy. Um, okay. Sure. The effects of the potion took hold and revealed a great demon beast. A young hero had never seen anything like it. The fangs the size of an Akazi head. Ja, ich hab doch jetzt... Hä? Ich dachte, ich hab das jetzt grad schon... Guck, da ist es. Wow. Uh-huh. Uh-huh. Wow. das ziehe ich dir 20 gold ach so ja sie fangen an zu lästern darüber das ist ein bisschen unsettling tada alles gut können wir uns hier mal wieder regenerieren i was amazing thanks for your help garun though i don't think we proved anything to the guard since you're the only one who could actually see the monster i'm pretty sure the guards just think we're both crazy now still the bridge is usable again so thanks focus on your opinion focus on your opinion but we're not sure but we're not sure we're not sure we're gonna do it but we're not sure we're not sure Hey, are you heading to the docks? The whole place is over unbounded. I started earlier this morning with just a couple trickling in here and there. The guards finally went to the north guard post to help when the rest of us evacuated. See, aren't you that kid I saw fighting all them turtles earlier? That was amazing. I suppose you could do anything to help out here? You will? That's great. Wait, I'll just wait here where it's safe if you survive come find me in my alchemy shop. Yeah, yeah, is very good. Lappen, do. Okay, here we have to throw the crows. But the crows are uninteressant for us. What is that for a Wiese? A Rex's minion. Okay. Und ich würde mal sagen, Araxxus ist der Dings da, der Bösewicht. So. So, also den Portal dann mal freigeschaltet. Das heißt zur Not können wir auch einfach damit fliehen. Ich würde jetzt irgendwie gehofft, dass es hier noch irgendwie nicht weiter geht. Aber nein. Ach ja, und Gamehubler, das mit der Nachricht im Stream, das stört nicht. Ich werde sie halt vermutlich da nicht anschauen. So. So, den Fan-Kämpfer kann man wunderbar so bekämpfen. So, wir schauen mal, dass die übereinander stehen. So. 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 Ich läd' jetzt mal den Mana auch wieder auf, oder? Genau, da läd' jetzt mal den Mana auf. Achso, da drüben ist das... Ah, da ist das Totem. Das ist natürlich auch mal so ein Ding, was ich dann vermutlich mal freischaufeln sollte. So. So. Also hier alle beiden. Dann... So. Das ist doch bestimmt auch dazu, zu dieser bösen Crew. wunderbar die hat den brand gesetzt ich weiß nicht ganz ob ich so wirklich glücklich bin damit dass dieses kiten so teil nämlich spielmechanik ist die man wirklich machen soll so komm ich bin schon auf die fresse so jetzt alle gekillt alle aufgesammelt auch wieder sehr gut so lebt jetzt mal irgendwo da war auch die hoffnung dass tatsächlich noch alle mitreißt vom schaden wir kommen her so auf was die da drüben sind tatsächlich alle gestorben und plötzlich sind auch alle wieder da sie alle im boden versteckt oder was zur hölle was los bei euch das ist Warum? Weil, wenn ich mich will... Wait, was? Du helpt mir? Das ist großartig! Ich verstehe die Rewarden ein bisschen in der Excitement. Take this crab, Wüthel. Es ist ein Traitseeker, du sie. Das Wüthel machte eine hohe-pitched sound, die Crab nicht mag. Das machte ihn nicht mehr, aber es wird nur für ein paar Sekunden gehen. Ich werde sie hier einfach mal, wenn sie hier sind. Guide sie hier, und ich werde sie von hier. Okay. Ich brauche mindestens 20 Crab, und ich bin in der Harnerei, so pay ich extra, wenn du sie zwei oder drei mit einem anbringen kannst. Okay. Dann gehen wir mal da rüber, und kiten die her. So, wie viel Leben haben die denn? Schätzungsweise doch genügend, dass man den mal einen Eisball in den Kopf werfen kann, oder? So. 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 So, mal schauen, wie viel wir jetzt mitbringen. Ich habe keine Ahnung. Ah, da kommen sie. Ich habe mich gerade gewundert, wo sie jetzt hin sind. Wolltest du die nicht übernehmen? Junge? Okay. 12 Stück auf einmal. Ich glaube, es war okay, oder? 12 Stück. Kann man schon mal. Speichern wir mal auch. Nicht, dass jetzt irgendwie die nächste dumme Krabbe kommt, die uns einfach umhaut. So. So. So, so, so. Komm mal mit hier. So. Die andere Krabbe sollte auch irgendwann auftauchen. Wie viele sind sie noch? Keine Ahnung. Ich werde heute so viele wie möglich mitnehmen. Wie viele sind sie noch? So. 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 so das sollten jetzt glaube ich genug sein und wir hoffen dass die anderen auch mit verschwinden oder ich habe jetzt ein kleines problem ja okay du hast alle meine krebs, vielen Dank Gerun und hier ein kleines Token meiner Gratitude 1425 Gold bist du blöd was so viel krasser shit wir sind jetzt hartreich tell me chai does the great one have any relatives nearby I guess hardcore okay wir haben auch irgendwie 12 auf einmal abgegeben ich glaube deswegen haben wir so einen krassen bonus bekommen ach so du bist noch hier am leben deswegen ich habe mich schon gewundert dass wir immer noch kein so jetzt wird man wieder nachgefühlt endlich are you looking for a cobbler yes I'm actually retired just enjoyment days fishing here talks now really missed it work sometimes though I could help you just so what seems to be the problem this one oh yes I recognize the sound this is my word gosh but it takes luck but it looks like an occurer has been chewing on them yes 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 of course it shouldn't take lang here you are good as new yay ich frag mich nur wer Baku ist wer war denn Baku Oh if you get overwhelmed by too many enemies and i don't use thunderclops to stop them in their tracks Das ist ein cooler Spruch. So, Spellbook. So, und wo ist jetzt eigentlich der Dockmaster? Okay. So, wer bist du? Afraid the Undead did some damage to the ship? I have a riot in no time for those who come back soon. Okay. Schätzungsweise ihr. Mali. Actually, I think I will just raid for a minute. And my face. What? Oh no, I should have recognized the signs. He's contracted a rare blight. He must have bitten by one of the undead. I think I can make a cure, but we need silver. It's incredibly rare on the island. Without silver? He'll die. Okay. Where could he get silver in time? An eerie possibility compelled him, sending shivers down his spine. The Amuri Village. The Amuri priest used silver in some of their more ghastly voodoo rituals. Okay. So we know where we have to find the next one, right? And borrow it. Sure. Let's use two government agencies. We don't have to save it. No other Ladies! So you can also have to report somethings to death tel. I'm going to put my Frankel back in the past. He then eats a hammer out of her. How many girls are citable available in there? Tja, ich kann uns nicht lasten. Hm. Okay. Okay. I forget to wear pants sometimes. Das, ähm, ja. Kann man schon machen. Das ist praktisch los. Auch schön, dass sie ab irgendeinem Zeitpunkt nur noch so, äh, äh, noch Dings heißen. So. So. Okay. Okay. Der Junge ist jetzt mal durch. Ähm. So, haben wir jetzt einem Dockmaster eigentlich Bescheid gegeben? Ich glaube nicht, oder? Okay. 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 So. Okay. Gehen wir doch mal weiter hier. Ach. Hm. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob wir schwimmen können. Ich weiß gar nicht, ob wir schwimmen können. Hm. Ich hab grad gesehen, wir hätten in den Docks, äh, anders gehen müssen. Wir hätten zurückgehen müssen. Get aim. Okay. So. So. Ich glaub, wir gehen halt wirklich schneller, wenn wir seitlich so, so schräg gehen. Ah, schon ein witziger Fehler. Und das ist eine Kiste, die ich übersehen habe. Das ist gar nicht alles. Ich frage mich, wie viel wir mitnehmen können. Oder ob das einfach ein unendliches Inventar ist. Ich hoffe ja. Ich frage mich. Was ist das blöd los? Weil wir regenerieren jetzt gerade kein Mana. Was ist das blöd los? Witzig. Und anscheinend kann ich ihn treffen. Obwohl ich ihn eigentlich nicht treffen sollte. So. Okay, das war es auch mit Invincibility. Okay. Das wird jetzt spannend. Aus irgendwelchen Gründen kann man sich aus dieser Sprungattacke irgendwie treffen. Obwohl es null Sinn macht. Okay. Okay. Oh. Ne. Okay. Das war zu nahe gesprungen. Ich glaube ich muss mich einfach angewöhnen Mana Potions rumzutragen. Dann. Dann. Dann gehen wir jetzt hier zu dem Trankhändler hin. Dann. Ach egal. Kann ich nicht hochlaufen. Spannung. Ich hoffe mal Christ dir. Dann gehen wir dann hin. Das ist Barquarton, deswegen habe ich den Namen schon mal gesehen. Oh, Rassafi of Clarity, nicer. So, Bento, dann rück doch mal hier raus. Machen wir natürlich das hier und... Ne, ich habe ja Gott sei Dank ein bisschen Geld. Ach, die kosten sehr viel weniger. Ich habe mich schon gewundert, warum ich denn immer noch... Wie das jetzt funktioniert hat. So, hier dahin. Und Mana kommt dahin. Manamana... Wannamana... B�bidi bb... Manamana... Wannamana... Wannamana... ich bin immer noch nicht ganz sicher ob ich das spiel gut finden soll oder schlecht finden soll es ist ein bisschen seltsam es hat so es hat so die aspekte schon dass es das ist gut finden könnte aber irgendwie ist es dann auch gleichzeitig nicht gut weiß nicht ist es schwer zu beschreiben schwer zu beschreiben würde ich sagen so So. So. Komm, hier. Friss. Wie das? Hm. Ich glaube, es ist ganz schwierig werden, das gesamte Dorf auszulöschen. Hm. Ah. 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 So, wir müssen das irgendwie anders machen. Erstmal muss ich euch da drüben kennen. Sehr schön. Endlich ist mal ruhig. So, und die anderen sind schon geflohen. Ah, sie haben versperrt. Oh, das könnte jetzt echt ne... Ja. Nein! Falscher. Falsch gelaufen. Hm. Frustrierende Stelle. Und wisst ihr was? Das ist die Stelle, wo ich aufhöre. Bevor ich da jetzt noch Ewigkeiten weitermache. Wo ich nicht so die Hoffnung habe, dass das irgendwo sinnvoll endet. Komm, stirr du Dummwatz. Und das war jetzt halt einer davon. Das halt. Kann ja auch nicht runterspringen. Und ich glaube, ich müsste da rüber. Warte mal, wir können mal was machen. Unsichtbarkeit. So. Ich habe keine Ahnung, wie lange das andauert. Wir hoffen mal, dass es länger andauert, als ich denke, dass es das tut. Auch sind wir unsichtbar. Noch haben wir Glück. Aber ich glaube, ich sehe da schon richtig, dass wir bis ganz nach hinten vordringen müssen. Na, können wir mal schauen. Hm. Steht nicht an, wie lange das unsichtbarkeit gewährt. Achso, wenn ich angreife. Das heißt, wenn ich nichts mache. Oh. Äh. Äh. Soviel dazu. Ja. Soviel dazu. Ja. 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 Oh, du, du. Was? Ein train, du. the dogs ja und jetzt ist es wieder ok das heißt wir gehen jetzt runter zum save point speichern das und haben damit quasi halbwegs gewonnen oder so ähnlich leider haben wir die stiefel nicht zurückbekommen egal erst mal speichern gehen schön gespeichert dann würde ich sagen machen wir für heute schluss haben wir jetzt auch schon wieder drei uhr und haben damit echt lang gestreamt ich danke euch dass ihr da wart dass ihr zugeschaut habt mich supportet habt und ich hoffe euch geht's gut habt spaß gehabt und ein paar neue spiele kennengelernt ich weiß nicht ab heute was dabei gewesen ist wir hatten ich war ich muss zugeben heute war ich auch selber nicht ganz so zufrieden big day war cool hat aber noch so seine macken dieses tansia da weiß ich auch noch nicht ob ich genau ob ich es richtig gut fände aber ja also ich finde ja cool dass ich das euch alles hier zeigen kann ohne probleme weil ich tatsächlich meist die mal also fast alle spiele geschenkt bekomme auch dieses hier zum beispiel ich weiß gerade gar nicht ob es am anfang noch gesagt hatte vielen vielen dank an den entwickler für den key und ähm genau also das ist unter anderem auch der grund warum hier diese dauer werbesendung da oben hängt weil rein prinzipiell machen wir hier ganze zeit werbung für irgendwelche spiele und äh da ich sie bekomme ist das quasi bezahlt jedenfalls äh vor dem deutschen recht anscheinend ist das bezahlt und deswegen muss ich das euch so äh markieren genau ja ne dann war das das für heute wir schauen noch wenn wir jetzt hosten oder raiden wollen ja noch auch das was uns heute als gutes getan wurde weiterreichen dann irgendwie schauen wir mal ähm ähm so 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 ähm ähm wisst ihr was dann schicken wir den schicken wir die zu äh schicken wir euch zu ihm der liebe angry der spielt gerade mit fallout 76 das heißt könnt ihr was ganz ganz anderes sehen als was ihr hier seht und ich denke das ist doch mal interessant ne also dann sag dem liebe angry liebe grüße von mir ich komme auch noch kurz mit falls ihr auch noch mitkommt wäre super hinterlass dem diese great nachricht und dann gelogen oder bis dann wie ist die tage ähm ja das war's von mir für heute und wir sehen uns dann am sonntag wieder für einmal 3 tja tja